so hallo und herzlich willkommen ihr lieben da sind wir wieder zurück bei unserem wunderschönen beregneten schöning aber nevermind wir machen weiter wir machen weiter mit der bahn und u-bahn-trasse und ich habe jetzt noch ein bisschen rumprobiert ich habe hier den bereich einfach noch mal abgesenkt deswegen wenn welche über üblich quasi auf dem null weg dahin gehen hier werden wir jetzt unsere kleine u-bahn connection machen gehen wir hier auf 15 runter gehen bis hier weiter und hier gehen wir wieder auf 0 hoch so heißt für uns dass sie sieht auf jeden fall schon mal wesentlich besser aus und müssen jetzt hier noch ein bisschen feintuning machen indem wir vielleicht sagen so die höhe hier das hier gleich nur einfach noch so ein bisschen an so ist nicht hundertprozentig perfekt aber sieht auf jeden fall tausend mal besser aus als vorher würde ich auf jeden fall was sagen sie nehmen das gleiche spielchen das ganze ein bisschen abgesenkt hier oben hier sieht es sogar noch viel besser aus und hier vorne ein bisschen angegliedert so schön kann sein alles klar so connection haben wir hier unten drunter durch gemacht jetzt müssen wir die verschiedenen trassen noch formen so das ding hier wenn wir hier das stück weg machen wir werden hier so einen kleinen kreis machen werden das direkt wieder unterirdisch weiter verlegen ich will nur dass es hier auf der seite rauskommt einfach so ein bisschen rein optisch technisch sondern wie gesagt es ist hier nicht alles muss ja nicht alles höchstmöglichst effizient sein sondern wir sind ja hier in schöningen darf ja nicht vergessen werden das soll ja auch schön aussehen ich finde das glaube ich ganz cool wenn ich hier so die möglichkeit habe mal so ein blick auf die u-bahn zu werfen so die dann hier unten drunter wieder entschwindet so jetzt müssen wir die natürlich noch wesentlich tiefer ziehen sonst weiß die sich gleich ob das geht das funktioniert jetzt gehen wir hier wieder mit unserem schönen line tool irgendwie da der eingang hier wieder nicht so alle dann müssen wir noch mal ran aber das mache ich jetzt genau wie auf der anderen seite wir fangen hier an so machen nur das kleine stück hier damit hätten wir hier unseren eingang dann connecten wir das ganze wieder ich glaube da muss ich noch ein bisschen tiefer das war so eigentlich nicht geplant machen wir nochmal beziehungsweise können es auch in zwei schritten machen so minus 30 jetzt noch was napping wieder on nicht irgendwo wir sind jetzt hier überlappend are you killing me so ohne funktioniert so hier müssen wir gleich den zug noch drüber legen und dann haben wir es schon mal hier eine dreißiger kurve machen wir das hier mal ein bisschen größer machen wir hier mal 70 hier mal sowas wie 50 hier müssen wir wissen hoch 10 50 hier können wir doch runter auf 0 und das sieht doch nicht schlecht aus jetzt müssen wir noch das kleine stück connecten das muss jetzt irgendwie noch passen die kurve zu eng ist stehe ich jetzt nicht ganz okay so wenn wir das hier hin weiter führen die kurve von oben nach unten ist okay 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 gut das kriegen wir hin wie gesagt 56 dann sind wir hier ein bisschen hoch gehen wir hier so auf zweieinhalb das sollte reichen so hier wird auf 0 are you kidding me hier machen wir so hier aus an so machen wir es jetzt im moment eigentlich die höhen die passen eigentlich zusammen okay okay gleiches ergebnis über einen dezenten kleinen umweg jetzt macht er das nicht so wie ich es hätte jetzt macht er das nicht so hier machen wir nochmal weg das machen wir nochmal neu das stück so der minute machen wir das nochmal neu ja 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 der perfekt das lässt schon wieder er sagt schon wieder hallo so but i'm fine with that i'm fine with it and you have to deal with that so 0 180 hier irgendwo in diesen snapping point nicht das ganze her seite ausprobieren irgendwas will das spiel hier nicht so mal gucken also das sieht auf jeden fall gerade aus jetzt will ich hier einen neuen punkt haben das stück hier weg das ist ein minimales stück was ihm nicht gefällt mal gucken wir haben manuell da ja ja moment das stück hier weg probieren wir jetzt nochmals das hängen wieder on da wären wir dabei im prinzip das thema nicht funktioniert funktioniert beim elften mal und das stück ist verdammt steil das stück ist verdammt steil wir werden hier nochmal ansetzen irgendwie hat das jetzt connecter also wenn das jetzt klappen würde dann wäre ich zufrieden damit so lassen wir das jetzt einfach das nein machen wir natürlich nicht machen es etwas anders es gibt noch plan b es gibt noch plan b wir werden wir werden wir werden wir werden wir werden folgendes machen wir nehmen unser terror forming tool werden diese höhe hier etablieren so das ist unser connection point wollen von da bitte dahin so stück hier machen wir nochmal weg das hier machen wir auch nochmal weg ich will hier auf eine höhe von 1,25 durchziehen werden wir an der höhe dann würde man ein stoppen so wollen wir hier hin okay jetzt sollte es auf jeden fall passen wir sind terror forming und dann sind wir gut damit so gerade so jetzt müssen wir das hier funktionieren so geht es dahin so können wir hin so gehen wir hin zumениен comeon, baby und da und da und da sind wir ein bisschen steil und da wir sind so probieren das hier noch mal verdammt ich so jetzt hier oben wieder den falschen snap und achten so jetzt ist ein scherz ich sehe das spiel mag das ganze nicht ganz so wie ich das gerne hätte deswegen werden wir das jetzt ein wenig anders machen so machen dass sie alles auf eine höhe und dahin so angepasst und fertig wie das klappt jetzt nicht also wir machen die kurve hier vielleicht ein bisschen größer so 180 napping wieder 90 meter auf 90 188 er wollte das spiel schon wieder gerade mehr machen das sieht doch als haus da haben wir eine collection ist okay jetzt haben wir es jetzt hier das nicht kacke aussieht haben was ich hasse das spiel ich habe das ist natürlich nicht aber das kann mir doch keiner mehr erzählen das kann mir doch keiner mehr erzählen wir machen wir machen jetzt hier drück 19 180 grad so das hier machen wir weg machen wir nochmal neu glaube da haben wir eines von unserem problem geben wir dem ganzen hier vorne noch ein bisschen mehr platz so so okay okay wir kriegen das hin so okay okay ich bin gerade ein bisschen ruhig ich muss mich innerlich ein bisschen sammeln gerade da reizt das spiel doch arg auch mal meine grenzen aus okay aber feindelie das haben wir jetzt ganz wir haben es doch in einem durchrutsch sehr schön okay sie gut aus so machen was also letzte hürde gehen wir das hier irgendwie das jetzt hier spielt das spiel hier an der stelle mit einzig steil das war doch vorhin schon das ist es ging doch vorhin schon da gar nichts geändert an der ich hab doch gar nichts dran geändert mehr 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 okay wir reißen noch mal ein bisschen mehr wir reißen einfach noch mal ein bisschen mehr ab und gucken dann noch mal natürlich nicht so wie es soll geht alles klar der rest ist unter tage i don't care wie es aussieht hauptsache die connection klappt stellt euch vor wie ich gerade den kopf schütteln mir denke no way wir werden jetzt hier tatsächlich retuschieren da kriege ich zwar nicht hingepflanzt aber ich ignoriere es ein verein wird ein absolut liefern wird das nehmen wir jetzt so hier gleich noch ein bisschen an so die verbindungen sind gemacht ich wollte eigentlich das ganze innerhalb von fünf minuten hier fertig stehen jetzt sind wir hier schon 20 minuten dran aber wir haben es geschafft angeht so hier drüben den rest den kriegen wir doch hoffentlich jetzt ja spiel bist du gerade so in geber laune ist 20 am fein sind wir das hier dahin anschließen so eine sache machen wir noch so wir haben hier ein riesengroßes kreuz was kann das aussieht aber wir haben waren angeschlossen wir haben warum haben wir wir produzieren zu wenig wasser also schnell kann es gehen eine problem weg und das andere problem sagt hier bin ich okay so wo machen wir ein wasser wo machen wir was dann wo machen wir was wir haben hier einen input irgendwie machen wir noch einen zweiten daneben oder wo würde rein optisch gesehen noch ein zweiter wasser sinn machen ich denke hier hinten kann man machen wenn wir hier die straße so nehmen wir hier auch so eine kleine street jetzt sieht doch super aus so was machen wir hier dass sie ist güterverkehr glaube ich die schließen wir jetzt einfach nicht gleich ein kleise an 80 hier das sieht auch noch gut aus ja herrlich können wir definitiv so machen und der fuhl ja machen wir auf jeden fall so hier haben unser kleines wasserwerk damit sind unsere wasserprobleme wieder behoben wir haben wissen überschuss wir haben abwasserbehandlung sind wir absolut im grünen bereich brauchen wir uns also erstmal keine gedanken mehr zu machen warten auf leichen wagen warten warum haben wir denn hier so viele müll berge ja 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 also die müllabfuhr die arbeitet nicht warum warum ist hier wahrscheinlich hier wegen wegen der strom und das recycling zentrum ist und von 30 wagen sind unterwegs also wir haben definitiv auch noch massenhaft wagen die unterwegs sind so war das hier ein parkplatz das hier eventuell ein parkplatz haben wir hier keinen parkplatz machen jetzt hier ein parkplatz freuen die sich auch gleich wieder so die warten alle auf den leichenwagen hinten warten die alle auf krankenwagen wir machen immer folgendes dienst leistungen gesundheitswesen wir spielen ohne budget deswegen können wir jetzt hier einfach mal sagen so wenn ich hier auch wieder müll berge müll berge bräuchte eigentlich noch irgendwo eine müllanlage oder wir bräuchten besseren in und export mit dem müll wie machen wir das also wir haben seitdem wir da hinten müllanlage gebaut haben probleme die ganze zeit wird der müll von außerhalb rein kutschiert jetzt funktioniert das nicht mehr so ich hoffe da kriegen wir in naher zukunft noch ein paar zusätzliche assets für den müll würde ich mir auf jeden fall wünschen weil ich wüsste jetzt nichts was wir hier noch machen können wir könnten hier die industrie müllverwertungsanlage noch bauen haben minus bodenverschmutzung brauchen wir ja eigentlich nicht haben wir ja eigentlich nicht recycling zentrum verbrennungsanlage eine verbrennungsanlage ist schön und gut hilft uns aber auch nicht wirklich in den städten weiter wir sitzen hier aus das ding ist nahezu voll das ding ist nahezu voll dann gehen wir noch mal hin sagen dienstleistung müllverwaltung aber schon auf 100 chemiewerk ich möchte ja eigentlich an unserer industrieinsel gar nicht mehr so wirklich was machen könnten natürlich hingehen und könnten jetzt sagen wir machen einfach um das spielgeschehen ein bisschen in gang zu bringen ich glaube das machen wir jetzt hier rein für das game weil wir da einfach ein kleines problemchen jetzt mit dem müll haben wir machen hier eine müllverbrennungsanlage hin sorry ihr müsst da leider reichen ihr auch so da kommt eine müllverbrennungsanlage hin da machen wir jetzt einfach eine unterwasser verbindung hier geht es jetzt gar nicht um aussehen oder sonst irgendwas wir brauchen es halt einfach deswegen machen wir das jetzt so eine linie das connecten wir jetzt hier vorne irgendwo dran eigentlich müssten das hinten wir haben mich jedes ist auf jeden fall irgendwie in die straße hier an kriegen das let's go dass da werden wir die finger von das machen wir nichts mit macht sie hinten dran warum geht es hier nicht die leitungen da die leitungen dann müssen wir die straße leicht anheben am final wird immer hier auf 30 und dann geht's ach hui so hang zu steil warum so geht's alles klar so jetzt haben wir hier unsere direkte connection zum müllverbrennungsanlage die will natürlich eigentlich noch an das stromnetz gespeist werden haben wir auch hier hinten machen wir auch hier hin so dann ist es heute mal eine sprung folge und springen wir heute mal von einem thema ins andere rein aber sind halt auch sachen die ich dies dann gehört halt mit dem wir das event so dann machen wir es hin jetzt machen wir hier nochmal unsere glättungstuhl machen hinten noch ein bisschen glatt so passen das ein bisschen an der wg hochspannungsleitung minus 50 meter es geht einfach nur darum dass die da sind das ist eingeschlossen kommen hier noch wasser und ich wollte gerade sagen hier brauchen wir noch wasser strom wäre jetzt irgendwie ein bisschen er braucht stromanschluss jedes kleine stück passt nicht so abwasser hatte was jetzt wirklich noch strom alles klar so da sind die fahrzeuge gleich unterwegs wir werden das ding hier auch einfach mal fett ab so ein paar lager gucken wir noch mal ganz kurz nach dem wind just the piano safe side geht aus der map raus haben uns also gar nicht weiter drum zu kümmern wir haben noch mal eine digit insel sage ich mal die ist einfach nur da um hier hinten die mülldeponie zu entlasten die ist definitiv voll deswegen haben wir hier die müllverarbeitung probleme das wird jetzt im momentchen dauern aber dann haben wir das auch wieder im griff er zum punkt gemacht ja auch ja toll super das müllfahrzeug was dringend gebraucht wird ist jetzt hier ein unfall verwickelt da hat es wahrscheinlich anderen nicht schnell genug haben können sagt hier komm ich schmeiße der ding voller fahrt auf der autobahn hinten rein ich will nicht warten bis du bei mir vor der haustür abholst hätte sie auch einfach hier durch die map schmeißen können aber da kommen sie natürlich nicht drauf ne müssen wir mal die grips anstrengen also ja ich denke mal das wird hier demnächst wieder verschwinden wir werden uns auf jeden fall hier auf den bereich konzentrieren die bahn haben wir jetzt wunderbar angeschlossen jetzt müssen wir hier noch einen zug fahren lassen and then we come and go und so weiter und so fort und nächste folge ihr lieben werden wir bahnlinien machen und u-bahnlinien und mal gucken wenn das ist wie diese folge dann kommt da noch einiges hinzu mal rechts mal links mal drüben nevermind ich sage vielen vielen dank fürs zuschauen schaut auch gerne auf twitch rein montags ab 19 30 freitag samstags im wechsel ab 20 uhr mich nur city skylines auch vieler anderer kram ich würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr reinschaut wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da lasst mir auch sehr sehr gerne ein abo da hilft mir hilft dem kanal ihr kriegt die infos sobald die nächsten videos live gehen in der nächsten aufnahmesession bin ich dann hoffentlich auch nicht mehr erkältet dass dann die stimme nicht mehr ganz so krassig ist ich sage vielen dank ihr lieben und bis zum nächsten mal tschau tschau so ihr ja